Bro, ich hab die Hälfte nicht gehört, weil du so rumschreist, Bro, wir spielen jetzt hier den YouTuber-Tycoon. Wer ist der bekanntere YouTuber? Das werden wir jetzt herausfinden, Bro. Stell dich da hin, Seminino. Es geht mir immer um 500 Euro. Der Gewinner kriegt 500 Euro. Ganz einfach Geschichte. So, warte mal kurz. Wir gehen wieder gleichzeitig rein, okay? Ja, 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 safe, 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 Bro. Ey, Bro, ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin. Okay, warte, dann geh ich auch rein. Geh zum Dropper, geh zum Dropper, geh zum Dropper. Ja, genau. Und dann gehen wir auf 3, 2, 1 rein, okay? Okay, 3, 2, 1, go. Und beide, oh, wir haben wirklich gleichzeitig. Oh mein Gott, guck mal, wir haben hier Mini-Lamis, Bro. Oh, wie geht es? Oh, ist das süß, Leute. Schöne Mini-Lamis, Alter. Okay, also wir sind hier quasi gerade ein YouTuber, der probiert, Subscriber zu machen und sich dadurch... Oh, wir haben wirklich gleichzeitig, ne? Wir haben wirklich gleichzeitig. Ich hab auch extra gewartet. Ich wusste nicht, ob ich zu früh reingehe. Ich hab extra gewartet, ne? Nee, nee, nee. So, Upgrade oder Computer? Was baust du jetzt? Computer oder Upgrader? Äh, Bro, sag ich nicht. Sag doch. Ich weiß, ob du dir den Computer jetzt holst oder Upgrader. Bro, lass mich... Ich kann ja gucken. Oh mein Gott, guck mal, jetzt kommen hier so bunte Lamis und so blaue Lamis. Hä, darauf hab ich gar nicht geachtet. Ja, ja. Los, komm hier. Oh, wild. Das sind so wie so legendary Lamis oder so, ne? Ja, ja, ja. Und jetzt wird's hier gut Cash gemacht, Bro. Es wird gut Cash gemacht. Ja, find ich auch. So. Oh, hä, guck mal. Ah, okay. Also die fahren einfach nur durch. Oh. Aber da bekommt man dann viel mehr Geld. Okay. Oh, okay. Bro, guck mal, er macht mir alles nach, Leute. Hä, nein. Er macht mir alles nach, Bro. Hä, WTF? Bro, ich seh das gerade. Was handelst du denn? Ich seh das gerade, wie du mir alles nachmachst, Bro. Mach ich nicht. Okay, Leute, guck mal hier. Guck mal, hier kommen die Lamis raus. Ey, endlich war Herr Lami wieder am Start. Ich hab mich richtig vermisst, Junge. Der geht hier durch durch den Upgrader. Alter. Hier werden die verkauft. Wo du dein Lami hattest. Dein Lama in deinen Videos immer. Weißt du, du bist doch? Der Lama, Bro. Der Lama. Der Beste. Das war echt legendisch. Bro, wir haben immer noch null zu... What? Aha, er hat irgendwas rausgefunden, denke ich, Leute. Ja, oh mein. Oh mein. Oh mein Gott. So. Okay. So, zack. Bro, ich bin jetzt schon im Vorteil. Let's go. Ja, ich weiß ja auch, warum. Bro, und warum? Weißt du, warum? Ja, wegen dem PC, Digga. Ja, Mann. Ja, aber das hat ja nichts zu heißen. Ja, ja, Savilino, Savilino. Du weißt ganz genau, dass die Subscriber nachher wichtig sind, Leute. Und wenn ihr uns jetzt auch nicht abonniert habt, dann abonniert natürlich mich. Savil könnt ihr auch abonnieren. Beide. Beide abonnieren. Bro, guck mal, Leute. Das Problem ist, ihr müsst halt Savil leider... Ihr müsst ab und zu mal auch ein Savil-Video gucken. Weil das Problem ist, sonst hat er kein Geld mehr, was ich ihn abnehmen kann. Bro, du warst bis jetzt schon absolut broke, hast du ja gesagt. Ja, hab ich nicht. Bro, stell mich doch nicht so hin vor den Leuten. Ja, aber, hey, du hast doch selber gesagt. Oh, oh mein Gott, Leute. Oh, guck mal, wir haben jetzt hier... Dieses Bad hat man, wenn man 45 Subscriber hat. Geil, 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 geil. Das Ding ist, Leute... Also, es kommt jetzt drauf an, was wir hier bauen, Leute. Das Ding ist, er macht wenig Subscriber. Er hat sich jetzt wieder gemutet. Er macht viel zu wenig Subscriber. Oh, scheiße. Shit. Hä? Was? Woher willst du denn wissen, wie viele Subscriber ich mache? Junge... Äh, ich weiß das nicht. Ich meine nur, du gehst nicht auf Subscriber. Und du hast zum Beispiel... Ja, egal. Ich kann es dir jetzt nicht sagen, Bro. Bro, ich sag dir jetzt... Ich sag, Leute, ich werde den Tycoon jetzt schon wieder gewinnen. Ich würde doch einen Besen fressen, wenn ich... So, ich... Egal. Ich hab doch mehr Subscriber... Hä, woher hast du die ganzen Subscriber? Hä, ich hab viel mehr als du. Was pappelst du denn? Hä? Hä, guckst du auch mal dahin oder so? Ja, aber woher? Weil ich drangeblieben bin, du nicht. Du checkst das nicht, wie das geht, oder? So richtig. Bro, nein, Leute. Der... Oh mein Gott, Bro. Man kann hier sogar Videos editieren. Nein. Stanni, hast du es gecheckt, wie das geht jetzt so ein bisschen? Okay, das war jetzt ein großer Fail von mir gewesen. Aber ist egal, Leute. Das glaubt mir, das wird nicht so ein großer Fail gewesen sein, wie Savolino gemacht hat. So, ich gönne jetzt noch Abonnenten. Bro, ich gönne dir deine Subs. Aber das Problem ist, Bro, wenn du keine guten Videos machst und damit kein Geld verdienst, dann bringen dir noch so viele Abonnenten. Aber ich hab schon... Ich hab schon einen guten Cut auch eingestellt. Thumbnail-Designer läuft bei mir eigentlich. Ja, ich gönne es dir doch, Bro. Aber ich frag mich nur, Bro, ob die Subscriber nachher denn so wichtig sind, Bro. Die denn so wichtig sind? Safe, safe. Du hast am Anfang gesagt, die sind wichtig. Und die werden auch wichtig sein. Ah, okay, okay. Bro, ich gönne es dir ja vom Herzen. Deine Subscribies, Mybies, alles. Mach mal ruhig deine Subscribies. Fertig. Ich hab jetzt 4.000. 4.000 Subscribies hast du. Mhm. Ah, Bro, okay. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Sehr gut. Jetzt mach ich kurz Pause und kann weiter upgraden. Ich sag euch ehrlich, glaubst mir. Leute, ich sag euch jetzt mal, ich muss mal kurz muten. Leute, ich werd wieder gewinnen. Ich werd wieder gewinnen, weil, guck mal, ich mach jetzt, ich hab jetzt schon nen Dropper geupgradet. Das heißt, ich mach jetzt deutlich mehr Geld wie er. Die Subscribers sind natürlich nachher auch wichtig, aber glaubt mir, das Geld ist erstmal wichtiger. Die Subscribers können wir nachher locker boosten, indem wir die ganze Zeit sitzen und dann werden wir eh mehr haben wie er. Deswegen, das juckt gar nicht. Also, er denkt jetzt erst, er ist ein Vorteil, ist er aber nicht. Wir sind safe vorne. Aber ich find's gut. Ich muss einfach sagen, der Tycoon ist echt geil gemacht. Und ich muss sagen, dass ich, dass es halt auch sehr spannend ist, weil man jetzt natürlich nicht weiß, wer was hat, ne? Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber ich kann so viel sagen, dass ich jetzt durch die Subscribers, uh, uh, ich hab 10.000 Subs. Du hast 10.000 Subs. Ich hab 10.000 Abonnenten. Bro, Savolino hat 10.000 Abonnenten. Glückwunsch dafür. Ich hab grad mal 5.000. Warum abonniert mich keiner? Ey, niemand, der das Video guckt, abonniert mich. Leute, ihr müsst nicht abonnieren, ey. Ihr müsst euch Stadion mich abonnieren. Wahrscheinlich hast du das schon ausgebaut. Was denn? Den Dropper hab ich noch nicht. Ich geh jetzt erstmal hier auf PC-Upgrade, Bro. Ich geh jetzt hier erstmal... Bro, was hat er jetzt das PC-Upgrade überhaupt gebracht? Hattest du überhaupt was gebracht? Ich weiß gar nicht, Bro. Hat er was gebracht, das PC-Upgrade? Ja, mal gucken, ob ich dich... Was machst du grad zappst? Die Sekunde. Drei. Drei Subs die Sekunde. Drei Stück, ja. Nein, da steht auch 80 Subs die Sekunde. Ja, ja, 200. 202, 206. 210. 214. Junge, du bist ja cool am Editen, ne? Du bist ja cool am Editen. Glühwunsch, Dani. 10.000 Subscribers. Leute, ich glaube, ich sollte mir das holen. Ich glaube, das bringt was. Ich hab jetzt... Ich hab jetzt einen Laptop mir geholt. So einen Gaming-Laptop, der stärker ist. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Bro, ich sag dir ehrlich. Ja? 7.000, mich freut's, Bro. Mich freut's, dass du sehr, sehr krassen Subscriber hast. Aber? Oh, Leute, guck mal, unser Bett wurde geupgradet. Alter, wie geil unser Bett jetzt aussieht. Junge. Ja, find ich auch. Alter, ey, das ist der Tycoon ist echt geil. Der Tycoon, ich sag's dir ehrlich, der ist echt geil. Hast du deinen Dropper denn auch geupgradet, Bro? Mein Dropper... Ja, das kann ich dir jetzt noch nicht ganz sagen, Staddy. Weiß doch. Ich glaube, ich hol mir gleich mal ein paar Waffen. Komm gleich mal rüber. Ich glaube, ich komm gleich mal rüber, mein Bester. Ach, du machst wieder die Taktik, oder was? Ja, ich glaube einfach. Machst du wieder den dann? Ja, das ist echt. Machst du wieder den Assi? Bro, warum beleidigst du den jetzt direkt? Nein, ich meine nur, das war richtig Assi von der letzten Zeit. Warum beleidigst du mich jetzt als Assi? Ich editiere hier deine Videos, deine schlechten Videos, wo mir jedes Mal übertrieben schlecht wird. Okay. Und du beleidigst hier. Okay, Bro. Alles klar, Digga. Wie viel Geld hast du gerade? Nur mal so eine kurze Frage. Ja, hör doch auf immer zu Fragen und spiel doch ein bisschen. Hast du eigentlich schon Smartphones? Nur mal so eine kurze Einwände. Bro. Nämlich, Leute... Das kriegt mich als Profi-Youtuber so Sachen. Man weiß natürlich, Bro, wer, sag ich mal... Ihr wisst, Leute, wo die ganzen Videos geguckt werden. Und da wird man natürlich auch ein paar mehr Views machen als manche Leute hier. Sehr, sehr gut. Und oh, guck mal hier, was wir schon als Upgrade machen, Leute. Oh, hier 50.000er Abo-Button. Boom, hier. Ach, den hab ich ja schon lange. Die Frage ist... Oh mein Gott, Leute. Was haben wir denn hier? Einen schönen Fernseher. Oh, geil, 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 geil. Der Gamer-Room sieht auch echt Baba aus, muss ich sagen. Was ist denn Gamer-Room? Also, der Raum da, wo wir drin sind, finde ich. Jaja, das ist echt ein... Bro, das ist ein echter Zocker-Room. Das ist Hevel. Ja. Ist es auch. So, weiter hier. Die Frage ist... Bro, die Frage, die ich mir gerade stelle, was bringt Subscriber? Wie viele Subscriber machst du gerade in die Sekunde? Oh, dass du immer Fragen stellst, Digga. Das ist schon nervig. Sag ich dir Real Talk, aber ich sag's dir. Äh, 927. 9? 100.000 Abonnenten! Loser! Ey, warum denn? Du hast doch auch schon 50.000. Bro, ja, 50.000. Ich freu mich für meine 50.000. Meine 50... Echt auch? Bro, diese 50.000. 50.000 sind Hardcore-Fans, Leute. Wir müssen hier den ganzen Tag... So hab ich damals auch immer, Leute. Fortnite Prime hab ich immer so die Fortnite-Videos editiert. Bam, bam, bam. Ich find das voll geil gemacht irgendwie, ne? Wie sie das gemacht haben hier. Übelgeil. Mit editing Video. So, Bro, ich mach jetzt über 1.000 Subs die Sekunde. Ey, wenn das so einfach wäre. Da bin ich schon drüber weg. Ja, das wär krass, ja. Da bin ich schon drüber weg. Aber ich stell jetzt auch gleich Leute schon ein, ne? Ich kann jetzt Leute gleich bestimmt einstellen. Was für Leute, Bro? Hallo? Was für Leute willst du einstellen? Ähm, wir können jetzt die ersten Leute, denk ich mal, einstellen. Wie? Wie, du kannst Cutter einstellen? Ich, guck mal, ich bleib real. Ich cutte meine Videos selber. Ja, aber wenn du mehrere Videos hast, Bro, mehrere Kanäle, kannst du noch nicht alles selber cutten. Wie soll denn das gehen? Hey, wie soll das? Ich cutte jetzt alles selber hier. Bro, bei mir ist... Ich sag mal so, guck mal, du hast zwar doppelt so viele Subs wie ich, bist ein bisschen Famer, aber ich bleibe real. Du stellst jetzt jetzt Cutter ein. Ich bin auch real. Nein, du lässt Cutten, Bro. Du lässt Cutten. Was machst du gerade? Und du machst alles selber. Was machst du gerade Cutter? Ich mach jetzt 3.000 Subs, 3.100 Subs die Sekunde. 3.100 Subs. 400 jetzt. 500. Also, wir merken, Savile hat auf jeden Fall bessere Community, die bessere Community. Aber es hat nichts zu heißen. Ich bin eigentlich dran, Bro, ob die Community auch das, also quasi die dein Essen bezahlt, weißt du? Jetzt kommt die auch aufs Geld drauf an, ne? Also, Abonnenten sind nicht alles. So, jetzt haben wir natürlich nochmal einen wichtigen Meilenstein, Leute. 52.000. Das und den, ähm, kurze Frage, den Dropper komplett durch, so? Ne, ich mach jetzt erstmal hier Upgrades PC, Bro, weil ich dich mit Abonnenten einhole. Okay. Ich werde dich jetzt mit Abonnenten einholen, Bro. So, ich hab jetzt hier ein schönes Bett für 52.000, Bro. Sag ich ehrlich, hier nochmal. Oh, die Abonnenten kommen, Bro. Mein Gaming-Groom wird geil. Mein Gaming-Groom wird geil. Wie viele Abonnenten machst du die Sekunde? Sag ich nicht. Hast du jetzt einen Laptop oder ein krasseres Setter? Oh mein Gott, Leute. Okay, okay, geil, 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 geil. Geil, okay. Was ist das denn hier, Leute? Zack. So. Uh, uh, uh. Das hat aber viel gebracht hier. Oh mein Gott, Leute. Okay, GG. Oh mein Gott, Bro. Ja, was denn? Was ist denn, oh mein Gott? Nichts, nichts, alles gut. Alles gut, mein Best. Ich hab jetzt gleich ne Mio-Abonnenten, ne? Ja, gönne ich dir, Bro. Ich gönne es dir wirklich vom Herzen, mein Best. Und ich mach gleich 10k in der Sekunde. Auch, auch wild. Alter. Ja, Bro, du machst gleich. Bro, ich mach immer die Hälfte. Ich mach nicht mal die Hälfte. Nicht mal die Hälfte. Aber, äh, hast du, kannst du auch schon Selfies machen und so, Bro, dein Handy? Äh, what the heck, ja. Hm, das glaub ich nicht, Bro. Dass du die ganze Zeit Selfies machst. Eine Million, Bro, ich hab eine Million. Ja, Glückwunsch, Glückwunsch, Bro. Alter, wie krass das Bett und so. Oh, Alter, also, Junge, es ist schon wild. Oh, Bro, was hab ich denn jetzt hier für Gaming-PC, Leute? Oh, was habt ihr denn jetzt mit Gaming-PC, Bro? Hast du freigeschaltet, ne? Ich hab hier grad einen neuen Gaming-PC geholt, Bro. Ist stark. Ich hab mir jetzt so, Bro, was, Leute, was ist das hier für krasser? Also, Bro, das ist hier wirklich krasser Gaming-PC. Und 750, okay, so war ich 50. Wie viel machst du die Sekunde, Abonnenten? Äh, nur 7.000, Bro, 7.000. Real 7, also Real Talk 7.000? Ja, 7.000, war ich 7.000. Ist das mehr wie du, oder was? Nee, 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 ich hab mehr, ich hab mehr. Ja, du hast deutlich mehr, Bro. Also, das gönne ich dir auch, gönne ich dir auch. Aber, guck mal, ich hab auch nicht so viel Zeit im Video-Editing gesteckt. Boah, guck mal, du hast jetzt fast das Doppelte an Abonnenten wie ich, Savillino. Ey, du wirst safe, ich sag ehrlich, Leute. Meine Fortnite-Videos sind einfach zu schlecht. Savills' Fortnite-Videos sind deutlich besser. Sind sie auch. Aber, was ich grad sehe so ein bisschen. Bro, dass ich auch eine Million Subs habe. Und ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich gerade ein bisschen einhole. Äh, nee, nee, nee. Das dauert noch ein bisschen, Bro. Dauert noch ein bisschen. Ich hab nur ein bisschen das Gefühl, dass ich... Ich muss auch ehrlich sein, ich hab's zu spät gesehen. Aber, äh... Ja, ich glaube... Vielleicht, dass ich das noch... Dass ich's wirklich noch rausholen könnte, Bro. Also, ich glaub, es gibt noch... Weil ich hab hier schon ein bisschen weitergebaut. Sag ich mal... In einer anderen Richtung. Die, glaub ich, mir einen höheren Boost gibt als dir nachher. Ja, wir haben... Wir haben halt zwei verschiedene Angehensweisen, ne? Genau, wir haben zwei verschiedene Angehensweisen. Ich bin natürlich gespannt, ob das mit den... Ja, diesen ganzen Abonnenten-Zuwachs, den du hast, Ob das auch nachhaltig ist. Oder ob das eher Müll ist, sag ich jetzt mal. Mhm. Weil ich hab die Vermutung, Bro, Dass das Müll ist bei dir. Dass die Leute deine Videos gar nicht fühlen. Boah. Die Leute fühlen meine Videos. Man muss hier irgendwas freischalten, Bro. Das kostet 10 Millionen Abonnenten. Was ist das denn? Musst du dir das auch schon? Ich hab nicht geguckt. Ich weiß noch nicht, was das ist. Ach, das musst du... Ah, das... Ah, okay, Leute. Ah, aber guck mal jetzt. Ich weiß noch nicht, was das ist. Ah, okay. Ich merk gerade, Leute. Ah, ich merk gerade. Ja, was hast du jetzt denn wieder rausgefunden? Oh. Okay, du hörst dich ein bisschen weird an, Bro. Bisschen weird. Oh. Oh, ich frag nicht, wie man Geld generiert so. Also... Bro, welchen Gaming-PC hast du schon? Hast du schon den zweiten? Hast du schon den Laptop? Oh mein... Bro. Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott. Bro, ich glaube, du verlierst gerade schon Abonnenten. Bro. Echt? Ich mach Minus-Abos, oder was? Junge, ich hab hier nen Gaming-PC. Da checkst du ja gar nicht, was abgeht. Okay. Aber ich sag mal so... Wie viele Subs machst du gerade? Die Sekunde. Bei mir ist irgendwie... Bro, ich weiß nicht, ob das Back ist, Bro. Ich mach voll wenig dazu, irgendwie. Ich mach... Ja, ich grad aber auch. 31.200 jetzt. Ja, krass, Bro. Aber bei mir machen nur noch 5 oder so dazu. Ja, aber bei mir auch. Bei mir auch ganz wenig, ja. Voll langsam, Leute. Ich glaub, du hast vor mir... Ah, ich weiß nicht. Du hast vor mir den Dropper, glaub ich, ausgebaut, würde ich jetzt behaupten. Glaube ich. Frag mich. Hast du schon den dritten PC? Äh, welchen dritten PC? Also, ich mein, ob du das zum zweiten Mal schon geupgradet hast, dein PC. Äh, Bro, ich hab schon ein Streaming-Setup. Achso, du hast schon diese drei Bildschirme und so, oder was? Äh, Bro, leider keine Scheiße. Hä, warum kann man das nicht kaufen, Bro? Was denn? Ich will mir hier das Streaming-Setup holen, aber das geht irgendwie nicht. Äh, dann brauchst du wahrscheinlich nicht mehr Geld. Oh mein Gott, Leute, man kann auch Gamers-Setup holen. Was? Ja. Oh mein Gott. Oh, wie viel machst du grad die Sekunde, Bro? Abonnenten? Ja. 31.700. Ah, okay, da sind wir schon mal drüber jetzt, Leute. Da sind wir jetzt schon mal drüben. Geil. Wie viel machst du? Kann ich nicht sagen, Bro, kann ich nicht sagen. Ah, guck mal hier, Leute. Oh mein Gott, okay. Okay, ich glaub, wir haben uns richtig... Ich glaube, wir haben uns richtig entschieden, Leute. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Also ich glaub, du hast trotzdem einen dicken Fehler gemacht. Welchen Fehler denkst du, hab ich gemacht? Ich glaub, guck mal, du hast zuerst den Dropper gemacht. Ich hab dafür zuerst mehr Abonnenten gemacht, okay? Aber meiner Meinung nach sind die Abonnenten extrem wichtig. Bro, ich hab Abonnenten-Button hier schon, Bro. Oh, Bro, ich häng. Oh, jetzt okay. Ja, jetzt geht's weiter, jetzt geht's weiter, jetzt geht's weiter. Jum, ich hab jetzt wirklich schon Video-Editor für mich, ne? Ich hab Video-Editor, Bro. Bro, oh mein Gott, Leute, jetzt. Oh, oh, ich gewinne. Leute, ich will auf alles nicht gewinnen. Ich werd gewinnen. Ich muss dir leider sagen, Bro, Seven, ich werd gewinnen. Ich muss dir wirklich leider sagen, Bro, also du kannst noch so krass viele Subs haben. Du hast zu viel am PC gehockt. Ich sag dir ehrlich, du, ich hab's dir gesagt, steck deine Power lieber in qualitative Videos rein, mein Bester. Aber das sieht nicht gut aus für dich. Das sieht real rap nicht gut aus für dich. Du hast zwar mehr Subs. Meinen sind nicht gut. Glückwunsch für den 10 Millionen Subs. Aber es sieht nicht gut aus. Danke, danke. Das sieht nicht gut aus. So, Play-Button. Zack, erst mal hier gekoppt. Sieht schon mal ganz nice aus. So, die Küche hier. Oh, jetzt läuft's richtig rund. Jetzt läuft's richtig krass, Bro. Alter, wie viel Geld ich grad mach. Bro, wie viel Geld machst du denn gerade? Bro, WTF? Bro, ich mach so viel Geld, ich kann alles kaufen grad. Ich auch. Ja, ja, ich auch. Hä? Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, Bro. Digga, ey, das ist doch jetzt abnormal, was grad abgeht. Ja, bei mir ist, Bro, bei mir ist übelst krass gerade. Äh, WTF, Bro? Ja, aber, äh, Junge, du checkst das nicht. Du checkst das nicht. Was denn? Ich hab jetzt auch 10 Millionen Subscribers. Ja, ist doch gut, mach doch. Oh, Bro, das ist so nervig, Bro. Man kauft aus, äh, ich hab mittlerweile so viel Kohle. Ich kauf jetzt mittlerweile schon aus Versehen Sachen, die ich gar nicht kaufen will. Weil du so viel Kohle hast, ne? Ja, ja, safe. Du hast doch nicht mal den dritten Floor. Doch, hab ich. Was laberst du? Hey, doch. Da, wo der Heli draufkommt. Doch, da, wo der Heli draufkommt. Okay, sehr gut, Leute. So, zack. Bro, ich mach so viel Geld, ne? Ja, ist gut, ist gut. Ich feier's, ich feier's. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass dir das einen Vorteil bringt, dass du mehr Abonnenten hast. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Weil ich glaube, am Ende kommt es auch noch ein bisschen auf Geld drauf an. Was für ein krasses Setup ist das, Digga? Ja, das ist ein geiles Setup, Bro. Alter, Bro. Ey, der Setup sieht ja geisteskrank aus. Bro, wir haben 10 Millionen Abonnenten. Jetzt kommen die Placements rein, Leute. Jetzt kommen die Placements rein. Okay, ciao. Bro, ich hab, ich glaub, ich hab das Setup, was du im Realife grad hast, glaub ich. Hast du unten das erst geupgradet, das Setup? Ich, ja, ich hab's jetzt erst ganz fertig. Jetzt erst, ja. Oh, krass, Bro. Warum bist du da schon, äh, weiter, oder was? Kann ich leider nicht sagen, Bro. Kann ich leider nicht sagen. Bist du da schon weiter? Tust du eigentlich schon Livestream? Ich tue die ganze Zeit schon Livestream. Hey, das hilft. Okay. Ja, das hat noch immer weniger Abos als ich. Ja, aber, Bro, ich brauch auch nicht so mehr Abos. Also, was machst du grad pro Sekunde Abos? 33.400. Boah, das ist echt mehr wie ich, Bro. Ich sag's dir ehrlich. Ich sag's dir ehrlich. Weißt schon, ne? Es gibt auch Autos und so draußen. Nur mal so zur Info. Ja, ja, alles gut, Bro. Gibt auch Autos und so, ne? Wo ich nur mal kurz gesackt haben. Hey, warum kann ich hier kein Geld abholen? Das ist doch nicht schade. Das find ich schade, dass man nur unten das Geld abholen kann. Oh, Leute, wir müssen das machen. Jetzt können wir hier auf jeden Fall. Wir müssen das machen, Leute. Oh, jetzt hab ich, oh, ich hab jetzt, oh, Mann, jetzt hab ich hier ausversehen, was gekauft, was ich, Mann, ich hab echt schon, echt so viel Kohle, Bro. Bro, ich, oh mein Gott, Leute. Das ist geil, das ist geil, das ist geil, das ist geil, das ist geil. Also, ich hab jetzt 16 Mio fast, Abonnenten. Ja, gönn dir, Bro, aber ich sag dir ehrlich, ich boh jetzt gerade meinen dritten Stock aus. Ja, alles gut. Oh mein Gott. Okay, das war's, Zervil, das war's, das war's, ich bin gleich durch, Bro. Ich bin gleich durch, ja, ich bin gleich durch, safe. Kannst gar nicht durch sein. Doch, doch. Du brauchst nämlich die Abonnenten, um alles zu kaufen, ne? Not zur Info. Ja, Bro, aber da oben gibt's halt was, Bro, was du, glaub ich, nicht hast. Hä, ich bin doch auch gleich da. Nee, das glaub ich nicht, mein Bester. Doch. Völlig. So, Dings, hier nochmal Abos mitgenommen, Leute. Hier nochmal, oh, oh. Oh, das ist halt auch wichtig, Leute. Ich hab so viel Geld, ne? Ich hab so viel Geld. Ich hab so viel Geld, Digi. Ich hab so viel Geld. So. Ja, wie gesagt, den einzigen Vorteil hattest du wirklich, Bro, dass du halt früher das mit Editing gefunden hast. Ja, aber das sieht man halt auch wieder, wer halt ein bisschen schlauer war. Ja, ich bin gespannt, ob die Schlauheit, äh, das auch quasi, ja, ob das sich auszahlt, Bro. Sagen wir's mal so. Wird sich auszahlen. Wird sich safe auszahlen. Also, ich hab schon meine, hast du jetzt schon Angestellten und so? Angestellte, hast du schon? Bro, ich hab schon ein langer Angestellte. Bist aber noch immer weit hinter mir. Muss ich jetzt an der Stelle sagen, ne? Ja, also, Bro, ich hoffe, äh, du hast auch das ganze Geld, was du oben brauchst. Ich glaube nicht, dass es halt, äh, auf Subscribers dann ankommt, Bro. Sagen wir's mal so. Sagen wir's mal so. Weil, äh, ja, ich sag mal so, ich hoffe für dich, Bro, dass du dir oben den Computer, äh, den Helikopter für 10 Millionen auch gut leisten kannst, mein Bester. Ja, natürlich kann ich das. Ich hab auch vorne mein Auto schon ganz geupgradet. Also, ich hab jetzt auch schon ein Auto-Video gemacht. Ach, die Leute feiern das, so mein erstes Auto. Ah, dein erstes Auto hast du auch schon gezeigt. Ja, ist gut. Sehr gut, Leute, das feier ich. Das ist gut. Ich will dir an meiner Community zeigen, was bei mir so abgeht, ne? Ja, das ist, Bro, ich sag dir ehrlich, Community wird bei dir klein geschrieben. Hä, bei mir übel groß. Nee, also bei Seville wird Community klein geschrieben und das feier ich, Leute. Das feier ich wirklich. Oh, jetzt wird das geschrieben bei mir. Meine Community ist sehr wichtig für mich. Naja, Bro, das glaub ich nicht. Das glaub ich nicht. Du verarschst deine Subscribers und das... Leute, das feier ich einfach nicht. Sag ich sowieso das, Leute. Das feier ich persönlich nicht. Okay, meinst du, ja? Hast du schon so einen Sub-Counter und so? Ey, wie viele Subs machst du eigentlich gerade die Sekunde? Äh, ich bin gerade nicht unten. Ich bin gerade oben in der High-Etage. Da kann ich dir jetzt keine Auskunft geben gerade, weil ich bin da oben. Bro, ich hab echt das Gefühl, Leute, er macht immer noch mehr Subs wie ich die Sekunde. Das ist echt krass. Ja, mach ich auch. Ja, aber wie, Bro, wie? Ich bin halt ein Typ, ich hustle halt viel am PC. Ja, aber das find's krass, Bro. Ich sag dir nicht. Ich hustle sehr viel am PC. Ja, wie viel machst du gerade die Sekunde Subs? 35.200. Was? Ja, du? Bro, ich brauche gerade mal 34.000. Hä? Hä, wie viel hat der denn am PC gesessen, Leute? Dann bist du voll die Schmalspur auf jeden Fall. Okay, warte mal. Ich muss jetzt mal gucken, Leute. Oh mein Gott. Ich glaube, Leute, ich glaube, ich muss ehrlicherweise sagen... Oh Gott, ich hab aber eine geile Idee. Wenn du sagst, zieh mal, wer der bessere YouTuber ist hier auch, ne? Nee. Oh, 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 Bro. Oh mein. Okay, Leute. Ich glaube... Ich hab ne Vermutung, Bro. Ich hab ne Vermutung. Bro, ich hab eine Vermutung. Ja. Ich glaube, ich werd gewinnen. Es kommt auf Subs an. Es kommt safe auf Subs an, Bro. Es kommt auf Subs an. Aber, äh, äh, glaub mir, es kommt... Du brauchst mehr Geld. Am Ende brauchst du mehr Geld, weil ich weiß nicht, ob du gesehen hast, was du dir noch alles freischalten musst. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Also... Bro, ich hab das alles schon gesehen. Ja, ja, deswegen glaube ich persönlich, dass man... Die Frage ist halt, was man jetzt wirklich mehr braucht, Leute. Subs oder Geld. Äh... Ja, also, Bro, ich muss jetzt nur noch auf, äh, Dinger warten, ne? Also, ich hab alles gekauft. Bro, also du hast das Auto für 6,5 Millionen gekauft. Okay, alles klar. Nee, das... Nee, 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 das fehlt mir tatsächlich. Da hast du recht. Er hat das Auto für 6,5 Millionen gekauft, Leute. Nein, sorry, sorry. Das war... Das war unbeabsichtigt, sorry. Er hat das Auto für Dings gekauft, Leute. Stark, 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 stark. Aber ich hab hier jetzt... Gut, Leute, ich lass jetzt mal den... Gut, Leute, ich lass mich mal hier den... Video-Editzer laufen und dann gucken wir mal gleich mal, ne? Bro, glaub mir, glaub mir, glaub mir, glaub mir, dass, äh... Du wirst Probleme nachher mit dem Geld haben. Und ich will sehen, wie du den Helikopter für 10 Millionen bezahlen willst. Und ich will gleichzeitig sehen, wie du das Auto für, äh, 6,5 Millionen bezahlen willst. Das würde ich gerne sehen. Ich hab doch schon. Ich bekomm doch schon übel krass Geld. Ach so, das Auto hast du schon fertig, Bro? Gleich. Ich hab jetzt schon 1,4 Millionen, weil ich ganz kurz was abgeholt hab. Ah, Leute, das Auto hat es also auch schon fertig. Nein, das wird 6,5 habe ich nicht fertig. Bro, interessant, weil ich hab das Auto jetzt schon fertig, Bro. Das wird 6,5 Millionen? So sieht's aus, Bro. So. Babamäßig, Leute, wir hustlen, wir hustlen wieder, wir hustlen wieder. Ich deh's doch von draußen, Bro, dass du's nicht hast. Was? Leute, Selfie hat sich gerade das Auto geholt. Warte mal, warte mal. Bro. Äh, Auto gekoppt? Nur noch Helikopter jetzt. Äh, Auto gekoppt, Bro. Auto gekoppt. Du auch? Ja. Du auch? Okay, okay, alles klar. Aber Bro, das Auto bringt halt gar nix so, ne? Es bringt nix, ne? Es bringt nix, Digga. Also, Selfie ist halt mit Subscribers vorne, Leute. Wir mussten hier das halt noch kaufen für 50 Millionen. Gibt's irgendwas noch krasseres, was man... Ja, Bro, 100 Millionen Playbutton gibt's halt noch, ne? Echt? Ja, ja, 100 Millionen, Bro. Boah, wir müssen mal gucken, äh, wie wir das machen. Bro, 100 Millionen. Wie viel Geld hast du gerade? Jetzt hab ich, ich hab jetzt hier 93.000. Ich bin aber grad am editieren. Ich hab da das Auto gekauft. Ja, Leute, ich hab auf jeden Fall deutlich mehr Geld, glaub ich, wie Seville. Deutlich mehr Geld wie Seville. Aber er hat halt mehr Subscribers. Die Frage ist jetzt, Bro, der oben der Helikopter kostet 10 Millionen, weißt du? Ja, 10 Millionen ist schon viel. Die Frage ist aber, ob wir eher 100 Millionen Subscribers haben oder erst die C-Mio. Weil wenn wir zuerst die 100 Millionen Subscribers haben müssen, dann hab ich gewonnen. Weißt du, was ich meine? Das ist jetzt wirklich nur noch so eine Editing-Sache. Ich glaube, ich bin immer noch der Meinung, Leute, ich hab gewonnen. Weil ich glaube, wir haben die 100 Millionen Subscribers, bevor wir das Auto haben. Sag ich die Editing-Serie? Als Heli. Äh, als die Heli, ja. Weil das macht Sinn, Bro, das macht Sinn. Von der Rechnung her jetzt, ich glaube, es macht Sinn, ich weiß auch nicht. Ich glaub nicht, aber mal gucken. Mal gucken, wir werden's sehen, Leute. Ähm, so, Seville will jetzt hier eine große Ansage machen, Bro. Ich hab jetzt 49, ich hab jetzt gleich 50 Millionen. Ja. Gleich und hab jetzt 2,6 Millionen. Ich hab grad abgeholt. Okay, warte, ich will jetzt auch ab, ich will jetzt auch ab. So, ich hab 3,3 Millionen. Okay, ich hab jetzt aber die 5, ich hab jetzt die Power-Kapsel freigeschaltet für 50 Millionen. Äh, jetzt brauch ich nur noch. Bro, aber was bringt die Power-Kapsel, genau? Genau, was bringt die Power-Kapsel, genau, Bro? Das versteh ich nicht. Ich raff's auch noch nicht ganz. Also, es gibt noch einen Sub-Button für 100 Millionen Abos. Das ist das Letzte. Und halt den Helikopter oben. Und halt der Heli. Die Frage ist jetzt, ich hol jetzt nochmal ab. Jetzt hab ich 2,9 Millionen, also fast 3. Ich hab 3,3 Millionen, hab grad noch nicht mal abgeholt. Also, ich hab... Okay, aber pass auf. Du musst dir ja die Super-Kapseln. Okay, dann machen wir. Machen wir's doch so. Wir gehen auf den Helikopter und du musst auf die Super-Kapsel. Und dann gucken wir halt, wer gewinnt. Hä, wieso? Die Super-Kapsel hab ich doch, Bro. Die für 50 Millionen. Ja, die hab ich doch gleich. Jaja, jaja. Wie viel Geld hast du? Ja, sag ich dir gleich. Warte, warte, warte. Ich hab jetzt 50... Warte, warte. Jetzt 50 Millionen. So. Bringt das jetzt irgendwas beim Cutten? Nee, bringt auch nichts, Bro. Äh, so, jetzt hol ich ab, frisch Geld. Ich hab jetzt, äh, 4 Millionen, Bro. Jetzt hab ich genau 4 Millionen, 4 Millionen, Bro. Okay, du hast 4 Millionen, hast du. Du hast 600.000 mehr als ich. Ja. Jetzt ist halt die Frage, wenn wir jetzt weiterspielen würden, würde ich im Großen und Ganzen ja gewinnen, weil ich mehr Abos hab, äh, hab. Genau. Und das ist das Letzte, was wir halt brauchen. Aber du hast jetzt mehr Geld. Ich hab jetzt mehr Geld. Das ist halt die Frage, Bro. Was jetzt länger braucht, weißt du? Warte mal, ich rechne mal kurz durch, Bro. Ich rechne jetzt mal kurz durch. Ja. Wie viel machst du grad pro Sekunde, Bro? Äh, Geld? Ja. 11.446. Nein, Subs, 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 Bro, Subs. Ach so, äh, Subs steht bei mir. 42.000, äh, 43.190. 43.200 mal 60, 2 Millionen, warte mal, 60, mal 10, äh, 10, 25, Bro. Also es dauert jetzt mindestens noch 20 Minuten, Bro. 20 Minuten müssen wir den Zapp voll haben. Warte mal, jetzt rechne mal kurz Geld, Bro. Jetzt rechne ich mal kurz Geld, Bro. Warte, warte, warte. Ich rechne jetzt mal kurz mein Geld zusammen. Wo sieht man, wie viel Geld man pro Sekunde macht, Bro? Du musst einmal abholen und dann kommt ja die erste Zahl. 11.446, warte mal. Ja, genau gleich viel wie ich. Genau gleich viel wie ich. Also. Warte, warte, ich rechne durch. Ja. 446 mal 6 mal 10. Nee, du hast gewonnen, Bro. Ja, wenn wir es rein bis zum Ende sehen, ja. Wenn wir jetzt bis zum Ende spielen würden, weil Seven muss jetzt los, Leute. Also muss ich leider sagen, Seven hat diesmal wirklich gewonnen. Genau, aber du hast trotzdem jetzt mehr Geld und kannst jetzt zuerst einen Heli holen. Ja, genau, aber die Falcoulen würdest du trotzdem zuerst abschließen, Bro. Genau, weil ich die 100 Millionen Subs von dir mache. Ja, krass, Leute, krass, krass. Bro, ich hab das mit den, aber ich glaub, das mit den Editing, Bro, das kanntest du schon aus dem zweiten Tycoon. Das war das Ding. Nee, nee, Real Talk, ich hab da gar nicht dran gedacht, ohne Spaß. Ich wu- Aber du hast jetzt zwei Teile schon gespielt. Ja, das stimmt, aber ist schon lange her. Aber ich wusste nicht, dass im ersten Teil auch so ein Editing-Dinger ist, ohne Spaß. Wusste ich nicht. Okay. Ja, schade, Leute. GG. 500 Euro gehen an Seven, Leute. Wir sehen uns im nächsten Tycoon wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö.